hallo marcus ich freue mich dass du dabei bist danke für die einladung liebe marina hat mich auch sehr gefreut du wir haben jetzt gerade das video abgedreht 60 minuten vollgas also wir sind ja voll galoppiert im sinne des denksports ich muss sagen das war im wahrsten sinne des wortes unvergesslich also so viel spaß was wir wie du mit aufs tablett gebracht und ich habe bloß den ball aufgenommen genauso soll es sein und zwar dass jeder wieder spaß beim lernen hat dass man nicht merkt dass man lernt ja und ich habe mich bewegt und wurde herausgefordert mir dinge zu merken ich werde nie wieder ein einkaufszettel vergessen und werde mit meinen englisch vorhaben sprache zu lernen sehr weiter kommen der marcus hat uns da ganz viele tipps gegeben also schaut auf jeden fall und nicht zu vergessen namen und gesichter haben wir auch gemacht oh ja richtig ich werde meinen seminaren glänzen ja weil die frage ich mich ganz kurz nur mal zu sagen wie heißt noch mal diese person das ist die sandra sehr gut wie heißt diese person noch mal das war der robert und wie heißt diese person hier haben wir den ola und last but not least wie heißt diese person das war die meike ist und wie man sich das merkt das verraten wir zwei in unserem webinar genau das war hundert prozent richtig und der liebe marcus hat uns auch noch ein paar prozent auf sein paket gemacht wir haben da einen schönen paketpreis noch dazu seminar und kongresspreis also einfach eintragen als kongress teilnehmer und wir beide freuen uns dass ihr dabei seid genau damit du den vorsprung durch wissen bekommst genau den dankeschön markus bis bald danke dir alles liebe